Da kann man immer sofort sehen, dass das die Sieger der einzelnen Klassen sind und zwar um genauer zu sein, habe ich hier den internationalen deutschen Meisterschaft der Muscular Man's Physik. Richtig! Ist ja eine Klasse, die noch gar nicht mal so lange auf dem Markt ist, unter anderem parallel mit Wellness-Fitness, Classic Physik. Fühlst du dich mittlerweile wohl? Denkst du als Athlet dieser Klasse, dass diese Klasse angekommen ist? Diese Klasse ist eigentlich für mich sehr gut, aber ich wollte so ein bisschen meine Beine machen und dann Classic Physik machen eigentlich. Also ich habe ein bisschen schwache Beine, ich wollte noch mehr drauf machen und Classic Physik machen. Ist das jetzt dein Zukunftsplan oder war das der Plan bis hier zur Deutschen? Also bis hier zur Deutschen, wenn ich sehr gute Beine habe, dann kann ich Classic Physik machen. Warum wirst du lieber in die Klasse? Weil Physik immer kommen neue Athleten und die sind immer stark, junge Athleten immer stärker. Deswegen wollte ich also Classic Physik machen, das ist das Beste, also mit Beinen auch. Schöne Klasse. Okay, Ahmed, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Du hast heute einen sehr, sehr großen Stein gelegt auf deinem Weg. Genieß den Tag noch hier in Bochum und wir sind gespannt, was du aus dir noch machst. Dankeschön. Bis dann. Ciao.